Der Award unterstützt international aber auch natürlich national unser Branding und hilft uns als Unternehmen, uns weiter auch am Markt gut zu platzieren, um hochqualifizierte Fachkräfte zu bekommen. Als TE Connectivity sind wir ein global aufgestelltes Unternehmen in 140 Ländern der Erde und sind natürlich auch stets bemüht, uns weiter nach vorne zu entwickeln, um als Arbeitgeber auch unseren Attraktivitätsgrad nach oben zu bekommen.